Was willst du denn eigentlich immer in diesem Schuh? Jule, was ist denn da? Ist doch gar nicht Nikolaus. Du möchtest dringlichst in diesen Schuh? Was willst du da drin? Nele, was tut sie da? Hast du eine Ahnung, was Töchterlein in diesem Schuh will? Soll ich dir mal ein Stück Käse aus dem Schuhlschrank holen? Ist es vielleicht das? Tja, fällt dir dazu was ein? Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, und du? Fertig? Hier? Du jetzt auch mal? Nein, ne? Ja, so eine komischen Sachen mache ich nicht. Aber ich, aber ich, aber ich. Gleich noch mal rein in den Schuh. Auf Wiedersehen. Guck, Leder. Cloni, du bist ein Cloni-Ding. Guck mal, hier wäre auch noch ein zweiter. Würdest du da auch noch mal gucken? Ne, ist nur der eine? Nur der eine ist so spannend. Gut, jetzt fertig. Kann ich sie jetzt in den Schrank stellen? Wohl noch nicht. Wie lustig. Ach, jetzt gehst du da noch mal gucken, ja? Okay. Verrückte Nudel. Es ist verrückt. Wollen wir uns darauf einigen? Es ist ein klitzel bisschen verrückt, ja? Bibi, 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 bibi. Schuhkarussell. Juhu, Schuhkarussell. Du lustig. So, komm. Bevor du hier ein Trilli-Trilli trägst. Jetzt wieder meine Schuhe? Ja? Dir? Hm? Okay. Leine, wir schauenen diese Art, wie wir es im Straßen mögen. Und das ist so, wie wir es nachher dir. Ja? Das ist nur ein Tril Connect. Vielen Dank.